Als Wrestler ist er der Größte. Vor keinem Gegner hatte er Angst. Aber nun traf er auf die gefährlichsten und unberechenbarsten Gegner, die es gibt. Kinder. Sie müssen die beiden beschützen. Ich hasse Kinder. Komm, haben wir das letzte Kindermädchen vergraut. Da schleppt er den Leibwächter an. Ich möchte nicht, dass Sean etwas passiert. Was soll ihm denn schon passieren? Sie sind klein. Ich hoffe, dass Sie eine gute Unfallversicherung haben. Ich kann schon selbst auf mich aufpassen. Aber hinterhält sich. Ein Elektromagnet. Sie sind Experten für Hochspannung. So ein paar Wolken ihn nicht umbringen. Er sieht ziemlich geschafft aus. Ein Mann, der sich vor keinem Gegner gefürchtet hat, bekommt Schicksal vor zwei kleinen Kinder. Sie lassen nichts unversucht, um ihn loszuwerden. Das war der Stolperdraht. Und das war das Meer. Ich hab jetzt genug. Als er gerade glaubte, das Schlimmste überstanden zu haben, hauchten skrupellose Verbrecher auf. So wie die Familie, die ich nie hatte. Und noch nie haben wollte. Und entführten. Auf Wiedersehen. Die Kinder. Also machte er sich auf, um die beiden rauszuholen. Denn er ist nicht nur irgendein Bodyguard. Sondern Mr. Babysitter. Er ist ein ziemlich harter Brocken. Und einfach nicht unterzukriegen. Spreit den kleinen Finger ab. Auch im Hintergrund. Das ist nicht nur, was der einzige ist, aber noch nicht unterzukriegen. Und der nächste spät, Die Jungs-Maschall ist ein ziemlichiseschescheschescheschescheschescheschescheschescheschescheschescheschechenchen, und die liebe D fitnessen, die neue Jungs-Maschall Sections-Maschall. Und das ist nicht nur, was der andere ist.